einen wunderschönen guten tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren folge von minecraft skype. ja mir ist tatsächlich was aufgefallen wir haben den sound noch mal von der musik ein bisschen runter gedreht und hoffen dass es jetzt einfach besser ist ja ich könnte zwischendurch soundaufnahmen machen aber irgendwie ich muss das so ein bisschen durchskippen das hört sich vielleicht blöd an aber ich finde immer am anfang okay das hört sich ganz gut an im mittendrin hört sich das dann nicht mehr so gut an und am schluss hört sich das finde vielleicht ganz gut an deswegen wir haben jetzt mal ein bisschen wieder runter geskippt und ich schaue mal ob es jetzt besser klingt für mich mache ich jetzt aber leiser ich habe es nämlich noch mal bei mir auf den hörern aber in einer anderen lautstärke hat vielleicht auch den vorteil dass ich nicht mal alles hören muss so gut wir kommen mal ganz kurz was hier jetzt welcher wert war das müsste hoch gewesen sein das ist hoch oder runter das heißt dann braucht man eigentlich gar nicht ich hätte gar keine hebe gebraucht ist doof aber man kennt es so das ist hoch und runter wir sind jetzt auf minus 1 1 4 kann das kann nicht sein was passiert wenn ich jetzt da mal 50 eintippen so und dann hier 50 eintippen und hier 50 eintippen also er meint auf jeden fall irgendwo was ab die frage ich nur wo ich hoffe oben ist scheint oben ist scheint oben ist scheint oben ja ja ich brauche sowas von ein deutschkurs also im regelfall müsste er warum hat er jetzt hier minus stehen aber normalerweise müsste jetzt der komplette chunk hier weg gemacht werden wir werden das kontrollieren abend später und zwar wir werden das hier einmal zeigen wo wir gerade drin stehen wir gehen hier raus wir sind fertig und gehen in die heimat und wir werden mal schauen wie wir das jetzt hier sortiert bekommen das wird nämlich jetzt ein drama sollte hier nicht eigentlich für gestoppt liegen ich frage nur so haben wir hier so natürlich man kennt es man kennt es alles klar und hat fertig okay ja okay alles umgestellt alles gemacht alles getan übrigens ich bin immer noch am rendern ich habe direkt die ausnahme danach wieder gestartet bockt gerade von daher rein in die olga okay wir kriegen rohstoffe und zwar gar nicht so wenig die frage ist nur wir müssten eigentlich ein import oder import ähm kabelchen bauen und zwar so ein ähm jo so eins vielleicht haben wir auch noch eins import okay wir haben doch noch eins haben wir denn noch kabel 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 da hin zu bauen wir müssen noch netwerk kabel bauen ähm die da kabel okay wir haben keine slips mehr ja kein problem so okay das kommt einmal dahin und das das und das kommt dahin im regelfall dürfte er jetzt anfangen hier runter zu bauen Wir müssen jetzt anfangen, Stacks-Dinger zu bauen, für die hier. Mal gucken, wie sie heißen. Ich habe wieder keine Ahnung. Stacks, 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 da, die da müssten das sein, genau. Die da sind das. Stack Upgrades. Und zwar, wenn es geht, die roten. Haben wir irgendwas mit Stack? Sind das die für die... Warte mal, das sind die für den Backpack. Das sind die falschen. Wait a minute. Die da hätte ich gerne. Die haben wir auf jeden Fall schon mal gebaut. Da bin ich mir jetzt sogar relativ sicher. Okay, also mehr. Warte, 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 warte. Wir brauchen... Scheiße, wir haben ja gar nichts. Ähm... Wir haben ja wirklich gar nichts. Oak. Oak. Hä? Bin ich hinten nicht Oak am Antpflanzen? Warte mal, da müssen wir gleich mal ganz kurz was gucken gehen. So, warte mal. Habt ihr ehrlich gesagt, dass wir hier Oak antpflanzen? Und dann... Ah. Ah, okay. Also wir pflanzen Oak an, aber wir setzen es noch nicht runter. Alles klar. Ja, wie viel hätten wir denn gerne? Wir haben jetzt 10. Ähm... 10. 11. 12. 4, 8, 12. Das wären 3 Pakete. Müsste reichen. Sollte reichen. 5. 5. So, 12. Dann brauchen wir hier... Das wären 4 Stacks, das wären 8 Stacks, das wären 16 Stacks. Ähm... Also, das Lustige ist, wir hätten eigentlich alle Rohstoffe ja da. Das Lustige ist ja, wir hätten ja alle Rohstoffe da. Wir verarbeiten die nun nicht. Das ist das Problem. Ähm... Das ist ja das Problem. Haben wir... Moment. Export. Oder haben wir Exporterinnen? Wir hätten sogar Exporterinnen. Warte mal, das heißt, er hier bräuchte doch eigentlich nur ein Export-Bass, oder? Äh... Äh... Der darf. Zack. Wir verbinden das Ganze einmal. Das nehmen wir. Das tun wir da rein. Okay. Das hat schon mal funktioniert. Ähm... Moment. Was brauchten wir noch? Gold und Diamanten. Gold und Diamanten. Redstone machen wir, Diamanten machen wir dann nicht. Aber auch hier werden wir das Ganze einmal auflösen. So. So. Äh... Jetzt muss ich mir wieder überlegen, was war das? Got Memory? Ich meine, der war das. Okay. Genau, der war's. Das schmeißen wir wieder rein. Und die Kohle holen wir wieder raus. Ähm... Und Gold. Und die Gold. Da. Okay, hier müssen wir ein bisschen mehr machen. Ähm... Hier müssen wir ein bisschen mehr machen. Ähm... Aber... Auch da habe ich eine Idee. Let us up. Aber auch da hätte ich, glaube ich, eine Idee. Nee, der... Es gibt nämlich Auto-Crafting bei den Dingern. Es gibt nämlich Auto-Crafting bei den Dingern. So, den nehmen wir mit. Dann... ...zwei Öfen. Äh... Nee. Ja. Okay, wir brauchen mal Öfen. Eins, zwei... Aber da müssen wir jetzt durch. Okay. Eins, zwei... Und zwar... Und zwar... Der hier ist durch. Den müssten wir noch einstellen. Den machen wir aber gleich. Äh... Achso... Wir brauchen noch Hopper. Hopper. Haben wir noch den einen Hopper, oder was? Ähm... Das ist blöd. Okay. Wir haben noch einen zweiten Hopper. Und zwar einen Diamanten. Er kriegt einen Hopper. Er kriegt einen Ofen. Ähm... Ofen. Und er darf in den Ofen eigentlich nur... ...was schmeißen. Ähm... So. Einen Export. Was haben wir noch? Ich wollte noch einen. Okay. Ich merke gerade schon wieder, ey, ich bin voll in Minecraft drin, ne? Das ist so eine Katastrophe. Das ist so eine Katastrophe. Warum ist das eine Katastrophe? Wollte ich eigentlich gar nicht. Ähm... Also, das heißt, wollte ich gar nicht. Doch, will ich schon, aber nicht so. Also, so ein bisschen. Alles easy, aber... Ich bin ja wieder voll drin, Alter. Das ist ja... Äh, schlimm. Ich glaube, die liegen da noch im Restingfeld. Klack, klack, klack. Er müsste Kohle bekommen. Er könnte jetzt wieder anfangen zu brennen. Das ist geil. Das funktioniert auch. Somit haben wir... Diamanten. Kriegen wir jetzt auch in Massen. Jetzt gehen wir zur... Zum Gold. Hier müssen wir noch ein Upgrade machen. Ähm... Einen... Einen Chest-Upgrade. Ähm... Basic zu... Was ist das? Ich möchte gerne... Basic zu Iron. Ich hoffe, dass es stimmt. Ähm... Baby to Iron. Ja, passt. Die kommen hier beide Upgrade rein. Ähm... So... Äh... Der hier darf das da. Ja. So... Zurück da rein. Genau. Ähm... Macht ihr das jetzt? Ja. So. Warum macht er das nicht? Äh... Okay, warte mal. Machen wir gleich. Also. Erstmal das einstapeln. Das einstapeln. Das einstapeln. Fuck you. Ähm... Ähm... Schauen wir mal ganz kurz aus. So. So. Wir brauchen Gold. Okay. Dann klempern wir das einmal fest. Dann können wir den Ofen auch wieder ausmachen. Bis auf das. Das bleibt bei mir. Habe ich einmal das halt rumgemacht. Aber warum macht er das noch nicht? Warum macht er das nicht? Warum craftet er die nicht? Gibt es davon? Gibt es davon? Gibt es davon upgrade ein anderes? Ja, toll. Hier sehe ich jetzt nur die Rezepte, was man da draus machen kann. Ähm... Aber das ist mir ja klar, was man da draus machen kann. Aber er sollte sie ja... Warte mal, dich umcraften. Das ist jetzt nicht gut. Ähm... Das ist jetzt nicht gut. Deck upgrade. Ich könnte wegvoiden. Aber wegvoiden möchte ich die Dinge eigentlich nicht. Also warum? Ne, also... Ich wäre sie eigentlich zu schade für. Warum machst du die nicht? Ja, toll. So, warum... Tust du nicht das, was ich dir sage? Ähm... Das ist clear. Warte mal, muss ich hier doch so rummachen? Okay, ich glaube, ich kann das nicht automatisch thriften. Hm, schade. Okay, er kann das nicht automatisch thriften. Ähm... Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Eigentlich gehofft, dass er das macht. Oder ich habe irgendwo einen Fehler drin. Okay, aber egal. Ähm... Den machen wir hier nochmal weg. Dann müssen wir irgendwann mal drüber gucken. Ähm... Wir thriften das da hin. Hier kommt eine Kohle rein. Dass die Kohle hier voll fließt. Und... Somit haben wir das auch fertig. Ja, prima. Geil. Ähm... Also, das heißt, wir können eigentlich hier jetzt wirklich aus dem... Oh. Fast aus dem vollen schlagen. Ähm... Das war wieder... Blub. So. Hier ist aber irgendwas ganz falsch gelaufen gerade. So. Okay, wir haben zwölf Stück. Jetzt könnten wir das mit Gold bald auch machen. Äh... Jetzt noch nicht. Aber wir könnten. Heißt aber im Umkehrschluss. Wir haben ja jetzt hier relativ gut schon was drin. Die sortieren wir jetzt nochmal neu. Okay. Und, ähm... Haben jetzt natürlich die bessere Möglichkeit, das Ganze ein bisschen mehr... mehr zu, 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 zu... zu übermachen. Ich weiß nämlich, wo der Koppel jetzt natürlich hingeht, ne? Das ist natürlich jetzt ein Problem. Weil hier geht er nicht hin. Und er nimmt auf jeden Fall Koppel da raus. So, wo tust du den... Wo tust du den Koppel denn jetzt gerade hin, mein Freund? Ähm... Hier auch nicht rein. Hier tust du den da rein. Okay. Klar. Ja, machen wir es doch so. Dann kannst du so viel Koppel nehmen, wie du willst. Geil. Ähm... Mehr oder weniger funktioniert es. Noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Weil hier macht das ja auch nicht. Ähm... Ja, vielleicht werde ich mir dann einfach die unteren Reihe hier doch nochmal... doch nochmal irgendwie anders befeuern. Ähm... 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 Ja... Ja... Das war nur cool. Das ist mir auch eher... Okay. Ähm... Wie gesagt, was macht er mich? Ich weiß nicht warum. Wir brauchen mehr Strom, das steht fest. Also das auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt... Wie simple... Gibt es... Gibt es Upgrades? Alles klar. Aber gar nicht weiter zu gucken. Und zu fahrrätseln am Stack Upgrade. Nimmst du dir jetzt direkt ein ganzes Deck? Das ist die Frage. Das sieht nicht nach einem Stack Upgrade aus. Speed Upgrade. Und das ist die Frage. Was ist die Frage. Wie sieht das aus? er macht das was ich möchte von daher alles gut ich bin jetzt gerade ein bisschen verfüllt über die hierhergehend weise weil was passiert denn wenn ich jetzt zwei specks auf drei machen und jetzt ist so oder so egal weil wir voll und leer sind aber okay alles gut ja ich würde sagen wir haben das geschafft was wir schaffen wollten wir haben die query am laufen die wird natürlich demnächst mal überfüllt sein weil strom läuft ja bei weiter nicht um das nicht weiter weil eben noch wasseranschluss haben aber ja es würde auf jeden fall erst mal ein bisschen weiter laufen was wir machen können wir können noch mal ein bisschen einmal wasser da rein kippen dass es auf jeden fall noch ein bisschen mehr ist nicht ich sage vielen vielen dank fürs einschalten vielen vielen dank fürs zu sehen ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen tag und vielleicht bis zum nächsten mal